Mein Name ist Eske, ich komme aus Deutschland und habe mich entschieden dafür, dass ich meine Busen begrüßen lassen möchte. Ich habe lange gegoogelt und geschaut und recherchiert im Internet, habe dann doch entschieden, die Floraklinik zu nehmen, weil mir das sehr, sehr, sehr gut rüberkam und da habe ich mich dazu entschieden. Eigentlich war ich ganz, ganz gechillt, war gar nicht aufgeregt und habe mich nur sehr gefreut. Und es war schlimm, ich habe mir gedacht, oh Gott, die zwei Tage, die waren schlimm, aber danach ist mir ganz, ganz gut gegangen. Ich würde es immer wieder machen, es ist nur ein Tag, das, was vielleicht schlimm ist, aber ansonsten ist es das Beste, was mir je passiert ist. Und Floraklinik war echt super, die waren sehr nett zu mir, da gab es eine Alev-Alevernung, die war super, ohne sie hätte ich es wahrscheinlich nie, nie geschafft. Und sie hat mir sehr, sehr geholfen und ich danke ihr ganz herzlich dafür. Und so, ich hoffe, es war sehr, 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 sehr Untertitelung des ZDF, 2020